Nächstes Mal, wenn ich in Wien noch mal komme, dann gehen wir ins Nara. Das ist mein liebiges asiatisches Essen. Und stell mir zu. Mein lieber Oliver, wenn ich nächstes Mal nach Wien komme, dann gehen wir so in ein besseres asiatisches Essen. Du hast mir den Namen gesagt, ihr geh mit mit dir. Mein lieber Oliver, das schmeckt mir sehr gut. Aber nächstes Mal, wenn ich komme, dann gehen wir zusammen zu Nara. Das ist das beste asiatisches Essen. Erstmal da zusammen. Kampai! Ja? Geht schon. Es geht schon. Lass schon. Lass dich. Wirst schon verrückt von diesem Scheiß.